Stellen Sie sich vor, Sie lassen sich in Ihr Haus eine neue, einbruchssichere Eingangstür und ebenso sichere Fenster einbauen. Wer bei Ihnen einbrechen möchte, hat keine Chance. Denken Sie und wiegen sich in Sicherheit. Aber Sie haben die Kellerfenster vergessen und im Internet gibt es eine Anleitung, die genau beschreibt, wie sich diese von außen öffnen lassen. An diese Schwachstelle haben Sie einfach nicht gedacht. Auch Unternehmen und Behörden haben Schwachstellen. Diese sind meist digitaler Natur. Softwaresicherheitslücken, die nicht rechtzeitig bekannt und geschlossen werden, machen einen erfolgreichen Cyberangriff überhaupt erst möglich. Mit 8.com Cyber Resilience für Unternehmen und Behörden identifizieren und bewerten wir die Sicherheitslücken, die eine Gefahr für ihre Organisation darstellen. Bleiben diese Sicherheitslücken unentdeckt, können Cyberkriminelle sie ausnutzen und existenzbedrohende Schäden anrichten. Meldungen der Behörden über aktuelle Sicherheitslücken und Hinweise auf kompromittierte Systeme integriert 8.com automatisch in die Schwachstellensuche. Sicherheitsvorfälle werden umgehend untersucht. Wir bieten Ihnen nicht nur ein kontinuierliches Reporting mit einer Liste aller gefundenen Schwachstellen und geben qualifizierte Handlungsempfehlungen. Wir informieren Sie auch persönlich in Web-Sessions über Ihre Informationssicherheitslage. 8.com passt seine Leistung flexibel an Ihre individuellen Anforderungen an. Werden Sie auch Teil des 8.com Cyber Defense und Intelligence Netzwerks.